Hallöchen! Ich möchte euch gerne zeigen, was ich für meine Freundinnen als frohes neues Jahr-Goodie gebastelt habe. Und zwar sind das diese kleinen Raketen. Hier sind oben so Strasssteinchen draufgeklebt. Die Schweinchen, die hatte ich noch vom letzten Jahr. Da habe ich so ein paar verschiedene. Einer guckt in die andere Richtung so. Die habe ich dann einfach noch mal benutzt. Ich hatte eine Geschenkpapierrolle und habe überlegt, was ich damit mache und habe die dann in so sieben Zentimeter Röllchen abgeschnitten und quasi da das Designpapier drum geklebt, beziehungsweise erstmal habe ich das Crepe hier oben drauf drum herum geklebt mit Heißkleber. Dann habe ich das Designpapier hier so an das Crepe geklebt und habe die Kanten mit diesen Steinchen, ich glaube das ist von Idee, so Bänder, so Klebebänder verschwinden lassen, damit man die Übergänge nicht so sieht. Habe einfach das Schweinchen drauf geklebt. Frohes Neues. Ich habe die Steinchen allerdings mit diesem Klebeband, das hatte ich in meinem Adventskalender. Das ist auch so ein stark klebendes Klebeband, ähnlich wie dieses Tacky Tape, weil die Steinchen an sich nicht so eine hohe Klebekraft hatten, dass sie hielten. Da bin ich jetzt hiermit doch auf der sicheren Seite. Ja, dann habe ich dieses Frohes Neues einfach auf der Rückseite von so Restpapieren, auch von diesen Papieren drauf geschrieben. Das habe ich mit diesem hier gemacht. Der ist echt super. Ihr seht vielleicht, dass der so ein bisschen glänzt. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre das embossed. Na. Ja. Ja. Dann hatte ich hier noch Bakers Zweins. Das ist dieses hier. Das ist aber schon uralt. Und das habe ich dann hier unten zugebunden. Also da habe ich sehr, sehr viel mit Heißkleber gearbeitet. Und da rein sollen... Ich hatte mal an der Challenge für Bivo teilgenommen, Bivo Deko Welt. Und da hatte ich diese Engelchen hier gemacht. Und die habe ich jetzt ein bisschen mit Gebamsel noch bestückt. Die sehen nämlich jetzt so aus. Hier ist noch so ein Mond mit einem Stern und noch ein paar kleine Perlchen. Hier ist so ein kleiner Spaltring oder sowas. Ja, das habe ich einmal in weiß und einmal in schwarz. Ich glaube, ich habe fünf in weiß und fünf in schwarz. Ja, die habe ich jetzt auch mal vollendet. Und die sind quasi hier drin. So ein kleiner Glücksbringer fürs neue Jahr. Finde ich eigentlich ganz schön. Ja. Das ist das. Das wollte ich euch noch schnell zeigen. Ich habe demnächst sogar noch ein Video gesehen. Da hatte ich die aber schon fast fertig. Ich meine, gut, ich habe die jetzt noch ein bisschen nachgebessert mit dem besseren Klebeband, weil die sich alle gelöst haben. Und auf dem Kanal Nanas kleine Bastelwelt hat sie auch so Raketen gebastelt. Und sie hat sie eigentlich fast genauso gebastelt, wie ich sie gemacht habe. Deswegen verlinke ich euch das Video, weil ich habe kein Tutorial gemacht. Aber dann könnt ihr bei ihr ja schauen, wie sie es gemacht hat. Sie hat jetzt das Crepe innen reingeklebt. Ich habe es jetzt einfach außen. Das fand ich irgendwie einfacher. Und man sieht es ja jetzt auch nicht mehr. Und sie hat aber auch das Dach genauso gemacht. Ich habe das auch mit Heißkleber draufgeklebt. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. So Spieße hat ja bestimmt jeder. Das sind jetzt so dickere Spieße. Ich glaube, die habe ich mir mal im Action mitgenommen. Ja, das sind so Goodies für meine Mädels. Mit denen gehe ich heute Abend essen. Und dann bekommt jeder so eins. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das wollte ich euch zeigen. Das Tutorial von Nanas kleine Bastelwelt verlinke ich euch unten, falls ihr sowas auch noch nachbasteln will. Weil ich finde, jetzt kann man auch noch Neujahrsgrüße verschenken. Die meisten von den Mädels habe ich auch noch nicht gesehen dieses Jahr. Und die anderen, gut, die müssen halt bis heute warten. und ich finde so ein Engelchen da rein eigentlich ganz schön. Süßigkeiten, da haben die meisten, glaube ich, keinen Bock drauf. Obwohl andere kriegen Süßigkeiten. Die haben einen Geburtstag gehabt. Da bin ich halt, da zeige ich euch auch noch, was ich da gebastelt habe. Ja, das wollte ich euch kurz zeigen. Bin gespannt, was ihr sagt. Und die sind jetzt auch endlich mal komplett fertig mit Gebamsel. Und ich finde die eigentlich auch ganz schön. und ich sage dann Tschüss ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.